Hä, warum hab ich kein Leben mehr? Hä? Ich hab auch immer kein Leben mehr gehabt. Wahrscheinlich, weil die Leute da auf dich schließen. Oh, ich hab Geld bekommen. Ja? Ja, das ist getasert. So, tot. So, ich flieg mal Jet, willst du mitfliegen? Ist echt geil, Taschendiebstahl. Da tust du weniger Aufsehen erwähnt. Kannst du mitfliegen eigentlich? Weiß ich nicht. Ich drück drauf, aber es passiert nichts. Oder? Okay. Warte. Oh, ich bin ausgestiegen. Scheiße. Ich geh wieder ein. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt hier so ein... So, jetzt muss ich mal gucken, was die macht. Gut. Aber das ist ein DLC-Ding, ne? Also... Also... Aua, 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 aua! Aua! Alter! Auf, ich hab fast kein Leben mehr. Den Fallschirm hat man eigentlich. Aua. Unendlich. Boah, Alter, hör doch mal auf, jetzt auf mich rumzuballern. Was? Ihr Scheiß-Cops, verpisst euch von mir, ey. Ja gut, dann... Was machen wir jetzt noch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall uns mal nicht töten lassen. Ja, ist klar jetzt. Ja, wir haben jetzt schon drei Uhr... Wasser, 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 Wasser. Scheiße. Was, drei Uhr? Kannst du mich mal wieder wiederbeleben? Hier unten. Am Wasser. Ich muss selbst wiederbelebt werden. Ja, ich kann nichts mehr machen. Toll. Dann sind wir wohl tot. Weil ich hab das wohl ein bisschen zu schlecht abgeschätzt. Oh Mann. Ich wollte eigentlich grad Bargeld, kann man sich ja auch noch holen. Ach, jetzt hab ich wieder 28.000. Genau. Extras. Cheats, ja. Saintsbook. Da gibt's auch noch bestimmt so ein paar Sachen, die man sich durchlesen kann. Ja, gut. Hm, das wird so irgendwie sinnlos. Hm? War jetzt grad irgendwie sinnlos. Was? Keine Ahnung, ich hab auf Bargeld gedrückt, war nix. Und eine Sekunde später hatte ich dann Bargeld. Zum Abheben. Mal drauf. Äh, warum fliegt die um? Egal. Jetzt eskaliert hier wieder alles. Oh, voll von Schild. Ach so, ich wollte mir mal ein Telefonschuld mal mein Auto holen. Genau. Was kann man denn hier alles holen? Zombies? Ruf die Zombie-Apokalypse. Mach ich jetzt nicht. Bild, deswegen will ich mir mal holen. Was passiert jetzt? Ach, da kommt mein Auto. Hier kommt mein Auto. Äh. Machen wir nochmal einen Auftrag, oder? Ja, machen wir noch einen. Okay, dann machen wir noch einen. Hey, I think I'm ready to make a move on the Syndicate. What you got in mind? Head to the crib. I found something you should see. This better be worth my time. I think it's a safe bet. It'll be worth it. Gut. Äh, ja. Wollt man nicht eigentlich machen, dass wir jetzt getrennt fahren, oder so? Nö, warum? No, einfach so. Ich finde es sehr gemütlich, so. Weil jetzt kriege ich halt Punkte und du nicht. Na und? Bleifuss 15 habe ich von 18. Ist doch mein Problem, wenn ich keine Punkte kriege. Ups. Ist aber nichts kaputt gegangen, außer das Auto. Komm, gib Stoff jetzt. Na, Polizei. So früh, ich kann das mit dem, äh, äh. Ja. Ja. Driften nicht. Ja. Sieht man, ne? Ja. Eindeutig. Ich hoffe, ich soll es lassen. Du musst aber ab und zu abbremsen. Du musst aber ab und zu abbremsen. Du musst aber ab und zu abbremsen. Ist hier aber auch nicht ganz leicht. Ups. Ey. Was wir ankommen, ist das Auto wieder Asche. Ja und? Die Hälfte müssen wir laufen. Ist ja schon da. Und... Ding. Und wir sind da. So. Aber das hat weh getan. Ja. Äh Äh Warum muss ich jetzt irgendwas mit dem Raketenwerfer machen? So, was ist der Plan hier? Ich gehe in, öffne die Sicherheits-Deposit-Boxes, kriege die Scheiße und dann raus. Ich denke, es wird so einfach sein. F*** nicht. Ich glaube nicht. Nur bereit, wenn ich rauskomme. Nichts zu worry about, trust me. Äh, ja, war das jetzt... Hä? Hm. Verstehe ich nicht so ganz. Alright, ich komme jetzt raus. Bleib meine Scheiße ab, bis ich irgendwo zu finden kann. Ah, wir müssen den verteidigen. Äh, ja. Ich bin der größte! Hier kommt's auch so. Ein bisschen Hilfe von oben da wäre schön. Warum eigentlich so kompliziert verstehe ich mich? Ja! Oh, das Auto ist fast kaputt. Ich kann da nicht hinziehen. Also das ist jetzt scheiße, weil ich kann da nicht hinziehen. Wow, voll übertroffen. Ey, das ist doch scheiße am F***. Fettne hier so blöd. So ist doch gut. Jo, wir machen das jetzt doppelt. Sekundärabschuss. Mist. Ja, so geht das. Äh. Das war gut, ne? Sure. Wir hätten aber auch besser machen können. 90 kr. Ja. Das Bild ist jetzt über den Briden. Ich finde ein Platz, um zu tun zu setzen. Ich bitte deine Begleiter. Äh. Was ist jetzt? naja wie sucht man denn was macht er da haben Ja, wo sind die Nächsten? Snipe kannst du auch nicht, ne? Ich bin so gestrefft, doch. Ja, hab ich grad gesehen. Du hast das Auto gehofft und gemacht. Das wollte ich machen. Toll, das Auto, du schießt doch einfach die Person nach. Das sind so... Doppelabschuss. Ich glaube. Ich glaube. Jetzt treff doch mal. Ja. Was machst du eigentlich? Ich mach doch was. Ja, weil... Wie siehst du jetzt den Typ ab, oder was? Das ist so lustig. Hey, der trägt ne schwarze Kutte. Nein, ich schlaff nicht. Oh. Das war's. War's das? Ja. Schutzengel. Geschafft. Oh, Level 6. Ja, ich geh grad zu. Hm. 200 Schlotter pro Stunde. Äh. Spawner und wir spawnen direkt. Äh. Ich spawne und bin fast tot. Das kann doch nicht. Schlieb nur schwarze Kutte. Ich brauch mir mal den in den Auto. Hallo. Haha. Du bist mehr? Nee doch nicht. ja klar jetzt ein ja ist klar jetzt jetzt reicht es ich weiß nicht wo ich jetzt hinfahre ja wir sind jetzt da oben was können wir kaufen tausend mobilen kann man kaufen ich werde angefahren mann was wollen die jetzt von uns ja auch mal eine etage tiefer so jetzt lass mich in rohmann nach hause jetzt reicht es mir gleich man können die eigentlich einfach in frieden lassen könnt ihr das nicht seid ihr zu dumm dazu werden schnafschützen angepasst nicht dadurch nein mein auto verreckt jetzt ihr wichser so der hedi ja hallo jetzt ist noch die polizei hinter uns her das kann doch nicht meine reifen sind alle kaputt bis auf zwei drei also ich bin gerade an dem ruhigen ort ja ich fahr gerade nach hause zum penthouse sollte ich auch mal hin was steck da könnten wir dann eigentlich mal oder warte mal steck mal aus lauf 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 wenn ich werde abgeballert ja die treffen natürlich dauernd ja ist klar ist klar ist klar ein laufendes ziel die ganze zeit treffen gut wir haben aber auch auf normal gestellt also ich wollte aber eigentlich zum waffenhändler hauptquartier der seins da gehst du gerade hin ja ich wollte aber eigentlich zum waffenhändler hin naja ich hab ne granate geschmissen ich weiß bis jetzt noch nicht wie man granaten wirft mit g ja ich drücke g passiert nicht das ist genau das gleiche wie g ja mit kuh alter willst du mich verarschen ich hab halt gehe wegen granaten gesagt aber das war cool gut dann gehe ich jetzt nochmal waffen munition kaufen und dann würde ich sagen machen wir mal eine aufnahmepause und dann warum ja weil wir erstmal ne aufnahmepause machen warum wir haben halt ne kurze pause ich bin auch grad so schwer unterwegs man ja eine kurze pause ja können wir weitermachen wir machen aber 30 minuten folgen hmmm nein 20 minuten doppel folgen ha 15 dann hast du ordentlich was zum hochladen und ich hab ordentlich was zu lachen ich hab jetzt schlechte laune du wichser jetzt wollte ich gesundheit level 6 kann man eine verbesserung die gesundheit des spielers wird kann man sich kaufen mp2 pistolen 2 kannst du schon mehr pistolen zu tragen ja landet begleiten huch alter irgendwas hab ich grad kaputt gemacht ich weiß nur nicht was mp2 warum war das ist ein bisschen teuer ist ein bisschen teuer mp2 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 Und dann bist du tot, ich war auch tot. Hey, so Boss, wie ist die Gang diese Tage? Cool! Bist du tot, und? Achso. Ich dachte, du wirst dann auch irgendwie zurückgesetzt oder so. Da ist ein Taptoon-Lagen. Boah, Alter, was wollen die von mir, ey? Was denn? Alter, das reicht jetzt langsam. Ich mein, ich werd gespawnt, was ist? Sofort gehen die Bullen auf mich los. Das Motorrad will ich mir eigentlich speichern, dann müsste ich aber da hinfahren. Boah, Alter, geil, Alter, ich hab grad, Alter, ich hab hier ein Ferrari, ey. Hohoho, Alter, wie der abgeht. Alter, mal rückwärts, was ist denn hier kaputt? Achso, ich muss rückwärts fahren, nein. Was tue ich? Alter, ich will immer mit Leertaste bremsen, ey. Hast du wieder die Cox an den Hals gehackt, du da was? Nö, die haben einfach auf mich geschossen, wie ich gespawnt bin. Ach, ich fahr mal zum Auto-Lagerungsplatz, ne? Ja, will ich auch machen. Ja, dann müssten wir aber hier lang, ne? Ich halt hier einfach hinterher. Weil ich finde, das Auto, das sollte man sich schon speichern. Ich könnte dich jetzt so vom Motorrad runterholen. Ey, wenn du das machst, dann... Oh, wir sind falsch gefahren. Wir wollen doch auf die Autobahn. Alter Mann, nehmt ihr nicht die Vorfahrt weg. Also mit diesem Motorrad kann man echt gut fahren. Aber natürlich auch im Gegenverkehr. Ist einfach so in der Mitte, dann kriegt man sehr viel Gegenverkehr. Wir müssen aber auch mal eine TVP anhaben, ne? Damit wir uns einfach mal gegenseitig haben. Ich weiß nicht, kann man das währenddessen umstellen? Die sollte eigentlich machbar sein. Wenn nicht, machen wir einfach dann... Kannst ja, ähm, 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 Dings machen, ähm... Ne neue Lobby, ich stelle es um. Und dann... Ja. So, dann speichere ich mal mein Auto hier. Polizist, hau ab! So. Benutzer definiert? Ach ja, man kann das auch noch upgraden. Sehr geil. Kann er die Auspuffe ändern? Auspuffe. Auspuffe, ja, das waren zwei Stück. Ist das die korrekte Mehrzahlangabe? Ja, keine Ahnung. Ein Auspuff ist ein Auspuff und zwei Auspuffe hat keinen Motorrad. Da hab ich grade Steam-Overlay geöffnet, statt Enter gedrückt. Weil nämlich bei mir das... Oh, Gesundheit Verbesserung, das hört sich sehr gut an. Sieht gut aus. Ich brauch ja mehr Gesundheit, wie man sieht. Ich sterb die ganze Zeit. Alter, mal sehen, ist noch kein einziges Mal gestorben und ich blamiere mich hier, ne? Ja. Ich sterben bin schon. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sitze, oh Sitze. Ja. Ja. Ja.